Ja, ich melde mich hier aus dem verschneiten Bayreuth, aus dem noch verschneiten Bayreuth. Das Ergebnis in Kopenhagen ist eine Enttäuschung, aber es ist keine Überraschung, denn dass Partikularinteressen auf die Politik einen größeren Einfluss haben als der allgemeine Menschenverstand, unser aller Wohlgehen oder eben auch die moralische Verantwortung gegenüber den Entwicklungsländern, das ist ja nichts Neues. Aber die Chance besteht vielleicht darin, dass wir jetzt als Individuum endlich einsehen, dass wir auf die Politik so nicht zählen können, sondern dass wir selber was tun müssen. Und dass Zwang und politische Ordnung halt doch nicht besser sind als Einsicht, denn wirklich nur Einsicht führt auch zu konkreten Handeln. Und vielleicht liegt es jetzt wirklich an uns, was zu verändern und dann auch irgendwann mal Politiker zu schicken, die in der Lage sind, eben sowas auch in Abkommen umzusetzen. Denn die Einsicht ist offensichtlich bei den Politikern nicht groß genug, auch Handlungen, Taten und Worten folgen zu lassen. Vielen Dank.